Wir hatten gesehen, dass globale Klimamodelle wertvolle Informationen über das globale Klimageschehen und zukünftige Klimaentwicklung liefern können. Wir wollen nun auch einen Blick hin zur regionalen bis zur lokalen Skala des Klimawandels werfen. Dafür unterhalten wir uns nun mit Klaus Hassinger hier, Klimaforscher an der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Als Einstieg würde ich Sie gerne fragen, wie sind Sie persönlich in dieses Klimengebiet gekommen? Können Sie Ihren Ausbildungs- und Karriereweg kurz für uns skizzieren? Ja, sehr gerne. Also ich habe an der Universität Wien Geografie studiert, habe relativ bald mein Interesse am Klima entdeckt und habe dann einen individuellen Schwerpunkt gesetzt mit Meteorologie und Hydrologie. Nach meinem Abschluss bin ich durch Zufall und etwas Glück an die ZAMG gekommen. Hier wurde ein Projektmitarbeiter gesucht für ein Projekt, wo es darum ging, die Klimawandelszenarien und Anpassungsmaßnahmen für die Wasserwirtschaft zu erarbeiten. Das war natürlich sehr passend vom Thema her, weil ich in meiner Diplomarbeit auch mich mit Klimaszenarien beschäftigt habe, habe ein Einzugsgebiet im Norden Österreichs untersucht hinsichtlich Klimaszenarien und Veränderungen im Abflussverhalten und das war eine sehr gute Basis dann für die weitere Arbeit an der ZAMG und mein vertiefendes Tun und Schaffen dann mit Klimamodelldaten, regionalen Modelldaten und Klimaszenarien. Wir hatten wie gesagt gesehen, dass globale Klimamodelle mögliche Entwicklungen des Klimas auf der globalen Skala vorhersagen können. Wie wird diese Information denn nun auf die regionale Skala überführt, das heißt für Studien des regionalen Klimawandels nutzbar? Das Problem ist, dass globale Klimasimulationen sehr grob sind in ihrer räumlichen Auflösung. Wir haben da Gittermaschenweiten von an die 100 Kilometer, dass eine Region oder einen Punkt nicht sehr gut abbilden kann. Das heißt, man braucht Methoden, wie man diese sehr grobe globale Information auf die Region herunterbrechen kann. Und hier gibt es zwei methodische Ansätze. Zum einen das dynamische Downscaling herunterskalieren, wo ein physikalisches Modell ähnlich eines globalen Klimamodells verwendet wird, aber nur für einen kleinen Ausschnitt der Erdoberfläche und mit dem Modell dann für dieses Gebiet das Klima simuliert wird. Und der zweite Ansatz ist ein statistischer. Hier wird versucht, die großräumige Information, die ein Klima, ein globales Klimamodell bieten kann, mittels statistischer Transferfunktionen auf den Punkt oder auf eine Region zu übertragen. Als konkretes Beispiel kann man sagen, dass die großräumige Luftdruck- und luftheuchte Verteilung ein Indikator ist für bestimmte Klimaparameter an einem Ort und mit statistischen Transferfunktionen kann man diese dann aus der großen Skala in die kleine Skala überführen. Wie werden diese regionalen Informationen dann Entscheidungsträgern und Nutzern, zum Beispiel aus der Politik und Wirtschaft, zugänglich gemacht? Ja, es hat sich gezeigt, dass die reine Klimainformation, also über Temperatur und Niederschlag, oft sehr abstrakt ist, um einen Wandel darzustellen. Viel besser eignen sich sogenannte Klimaindikatoren, um diese Information sehr transparent zu machen. Ich möchte ein Beispiel geben für die Temperatur. Ich wage einmal zu behaupten, dass kein Mensch wirklich die Veränderung der mittleren Lufttemperatur von einem Grad über mehrere Jahrzehnte spüren kann. Was man jedoch schon spüren kann, ist die Veränderung bestimmter Hitzetage zum Beispiel, also Tage, wo es mehr als 30 Grad bekommt. Das kann man auszählen für jedes Jahr und das ist auch spürbar für die Menschen, wenn es sehr heiß ist im Sommer. Und solche Klimaindikatoren, da gibt es sehr viele und mannigfaltige Ausprägungen davon. Und das sind eben Werkzeuge, wo man sehr anschaulich den Entscheidungsträgern diesen Wandel darstellen kann. Wir haben einige Projekte auch in dieser Hinsicht schon durchgeführt, wo wir eben mit Nutzern vor Ort, regional, in Gemeinden, bei Entscheidungsträgern diese Klimawandelinformation als Indikatoren aufbereitet haben und sehr gutes Feedback auch bekommen haben, weil die Information einfach dadurch sehr viel transparenter wird. Also hier sieht man die relativ grobe Auflösung eines globalen Klimamodells und man kann eben mit zwei unterschiedlichen Methoden, also entweder physikalisch, dasselbe wie ein globales Modell auf der regionalen Skala für einen kleinen Ausschnitt der Erdoberfläche oder mit einer statistischen Transferfunktion diese großräumige Information in die Region oder auf den Punkt bringen. Ein paar Videos 1. . . . Vielen Dank.